90 Berufe, die sind sogenannte Mangelberufe, da kann sich jeder von außerhalb draus bewerben. Und ich glaube, da machen wir noch nicht genug Propaganda dafür auswärts. Also wir müssten vielleicht nach Afrika gehen, wir müssten jetzt auch in die Balkanländer gehen und müssten sagen, passt auf, wenn ihr Arzt, Arzt weiß ich nicht, wenn ihr Ingenieur seid, wenn ihr Elektrotechniker seid, das sind alles Berufe, die sind alle Mangelberufe, können sie jederzeit legal von außen nach Deutschland kommen, viele wissen das noch nicht. Wir haben auch die Nachzugsbedingungen für die Familien verbessert. Das müssen wir auch noch mehr nach außen deutlich machen. Ich sage euch, wir haben gar keine Bundesregierung. Wir haben, Frau Merkel ist Geschäftsführerin einer neuen Nichtregierungsorganisation in Deutschland. Das ist das, was sie ist.